Es war wieder ein schweres Spiel, auf der einen Seite natürlich heiss, gut ist für den Gegner auch so. Für uns Europäer ist das natürlich ein bisschen anders betragbar als für die Spieler, die das kennen hier. Wir haben das Spiel gewonnen, das war wiederum das Wichtigste. Wir haben das zweite Tor gemacht in der zweiten Halbzeit, haben aber dann natürlich viel zu schnell das Gegentor wiederbekommen. Also war alles wieder offen und dementsprechend müssen wir an dem arbeiten. Ich sage das immer wieder, wenn wir in Führung gehen, dass wir dann kompakt und jeder bereit sein muss, auch defensiv Arbeit zu leisten. Ich muss das dann nochmals im Fernsehen anschauen. Ja, aber das Tor war natürlich vom Gegner schön rausgespielt, aber aus meiner Sicht natürlich unnötig. Und gut, wir haben es nach Hause gebracht und 2-1 gewonnen und das war heute das Wichtigste. Vielen Dank. Es ist eine sehr gute Leistung, die sich in den Köln befindet. Ich weiß, dass sie gut war, aber sie war ohne Dauer. Wir haben uns nur die Überzeugung und wir werden immer weitergeben. Wir werden immer wieder zurückgeben, dass wir immer wieder zurückgeben haben. Wir werden mit Köln verabschieden, dass wir mit Köln befinden können. Aber es wird immer wieder passieren. Es wird sich immer wieder zurückkehren. Vielen Dank. Vielen Dank. Anscheinend habe ich das nicht gut ausgenutzt, weil es gab heute dann sehr viele Fehlpässe, Konzentrationsprobleme, die in letzter Zeit immer wieder vorkommen. Woran liegt es? Ja, also grundsätzlich muss ich mal eins sagen. Ich habe jetzt auch ein gewisses Alter erreicht und ich habe das in meiner Karriere noch nie erlebt. Wir haben fast 20 Spiele, die wir absolvieren müssen seit Mitte Juni bis Mitte August. Und jetzt spielen wir alle drei, vier Tage. Wir haben jetzt mal eine kurze Pause gehabt. Aber das reicht natürlich nicht, um sich restlos zu erholen. Wenn die Nationalspieler, die müssen auch immer noch früher zur Nationalmannschaft, können dann da auch nicht natürlich abschalten, weil die Nationalmannschaft auch gewinnen möchte. Und wir haben die 20 Spiele, wir haben 34 Spiele. Wir haben ein Jahr hat zwölf Monate. Wir spielen in zwei Monaten drei Viertel der Meisterschaft. Saison. Ja, also da ist natürlich schon zu fragen, okay, wie kann das gehen? Es muss natürlich aktuell so gehen, weil wir in jedem Wettbewerb mit dabei sind. Aber das Wichtigste ist natürlich für mich als Trainer auch und für den Staff, dass die Spieler auch Pause bekommen, dass sie mal regenerieren können. Und wenn du nur einen Tag hast oder zwei Tage, das reicht einfach nicht. Du musst auch mal vom Fussball abschalten können. Der Kopf muss mal frei sein. Und wenn das natürlich nicht passieren kann, dass du mal zwei, drei Wochen Urlaub machen kannst, dann wird es immer eng sein. Da wird es immer Möglichkeiten geben, dass mal der eine müde ist, dass der eine nicht konzentriert ist. Und das ist natürlich dann schwierig, das Ganze so zu gestalten, wie man es gerne hätte, wie man es vielleicht gewohnt hat. Ich bin in einem Wettbewerb in der Welt, aber vielleicht haben sie viele Götchen. Ich bin vielleicht in einem Wettbewerb mit einem Wettbewerb in der Welt. Und ich bin sehr holl, weil ich viele Jahre Jahre alt, und ich bin in einem Wettbewerb, wo ich das auf dem Wettbewerb im Wettbewerb machen kann. Ich glaube, dass ich hier seit diesem Wettbewerb im Wettbewerb im Wettbewerb im Wettbewerb. Und das war jetzt nicht so ein bisschen. Es gibt keinen Fall, jemanden mit 3 Reihen im Sommer. Und die Jahre im Sommer sind 14 im Sommer. Ich weiß, dass wir in viele Sachen spielen. Aber es muss sich ein Problem für die Tözeigen im Sommer im Sommer. Denn die Leute wissen nicht, dass diese nicht ein Ort. Das sind die Leute, die ich jeden Tag nicht. Wenn ich alle 48 Stunden im Sommer im Sommer bin, dann ist das kein Zeitpunkt, dass wir die Tözeigen im Sommer machen. Ich habe die Anwälte von einem Todesang. Ich bin mir das Ausdruck. Ich werde das Ausdrucken durchführen, aber es gab die Anwälte von einem Anwälten. Aber ich werde das Ausdrucken in einen Anwälten anwältig machen. Ich habe keine Anwälte von den Armpfeln angebracht. Ich habe keine Anwälte von den Armpfeln. Ich werde das Ausdrucken aufwachsen. Ich werde es aufwachsen, weil es hier nicht so gut ist. Es gibt keine Anwälte, keine Anwälte auf das Schleppchen. Es wird alles ausgewöhn und zu zweitig gebraucht. Es wird mir eine Anwälte ausgewöhn. Das ist ein Fähiges ausgewöhn und darstattet. Ich habe die drei Tage gelegt, aber wenn ich das neue Übersetzer anstatt habe, dann wird ein paar Tage gelegt, dann haben wir die Zeit zu fangen. Wo ist das eigentlich? Wo ist das eine holds der Umgebung, um das Lachbis zu achten? Wo ist die Verbrauchung? Wenn die Lachbis zu machen, dann wird die Lachbis zu machen. Aber es gibt die Lachbis zu machen. Das ist eine große Anhörbis in der Region-Türzene. Die Lachbis zu machen, nicht mehr Lachbis zu machen. Wenn wir in der Zeit kommen, dass die Läge kommen, dann wird die Läge kommen und dann geht es um die Läge kommen. Vielen Dank für's Zuschauen.